Herzlich willkommen zurück, meine lieben Patchguers. Wir machen genau denselben Quatsch wie vorhin in der letzten Folge. Ich sag deshalb vorhin, weil ich hab mich gerade mal spontan entschieden, eine zweite Folge aufzunehmen, damit eventuell morgen oder übermorgen zwei Folgen kommen können. Das wären dann die zwei Folgen, die wir letzte Woche nicht hochladen konnten. Besser gesagt, ich. Ich weiß nicht, warum ich immer wir sage, wenn ich eigentlich mich meine. Ähm, ja, wo waren wir denn stehen geflieben? Wir müssen da hoch. Ich hab sogar schon einen Plan. Ich guck mal, ob das so geht. Nein! Obwohl, das müsste klappen. Wir müssen nur genau in der Mitte stehen. Ja, das wird die Kunst sein. Ähm, Moment, ich muss noch was kurz gucken. Ja, die Aufnahme läuft. So. Ist das die? Ah, ich wollte doch nicht. Nein. Krr. Das finde ich jetzt seltsam, weil eigentlich, ich hab's gerade vorhin noch mal kurz probiert. Es ging. Es hat geklappt. Ich bin mit dem Dino da hoch. Zu dem Donut. Ich will den Donut haben. Oder ich hab einfach nur zufällig den richtigen, äh, wie nennt man das? Winkel? Kann man ja nicht sagen. Jawohl, geht doch. So. Geht doch. Hallo, lieber Donut. Ich frage mich gerade, warum ich gesagt hab, hoffentlich geht das, wenn ich's doch vorher schon probiert hab und es hat funktioniert. Ach, versteht irgendjemand meine Logik? Muss man echt nicht verstehen, die ist, ähm, ja. Warum geht das mit dem Dino und nicht mit dem Vogel? Das finde ich äußerst faszinierend. Ähm, ja. Ja, 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 ja. Wir müssten ja... Naja, das nicht. Sollten da hoch mit dem Dino. Aber doch nicht so, dass wir uns den Weg blockieren, mein Schützkind, der... Ich mit meiner Anordnung von Steinen, äh, gibt's doch nicht. Da hoch kommen wir auch so nicht. Probieren wir's mal so. Das muss aber klappen. Mip, 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 mip. Machen wir meine Meerschweinchen. Oder der macht mir meine Meerschweinchen. Meerschweinchen, for the win. Ja, und wie kriegen wir den jetzt da hoch? Gute Frage, nächste Frage. Ich muss den Grünling da, ähm. Ich will ihn haben. Ich will ihn unbedingt haben. Nö, das klappt nicht. Und... Ernsthaft? Ernsthaft? Ah, einfach mal durchgefallen. Sie sind durchgefallen. Hehehe. Äh, es ist Boing Boing. Müssen wir nachher auch noch uns einbesorgen. Wegen diesen Typen da. Das wird auch spaßig. Ich hab aber schon einen Plan, wie wir's machen können. Und wenn ich sag, ich hab einen Plan, dann kommt ja meistens immer das Gegenteil dabei raus. Aber ich glaube, dieser Plan, der könnte dieses Mal funktionieren. Äh, beweg dich! Vogel! Toll! Super! Können wir den da drauf lassen? Geht das? Ja, das geht! Super, duper! Ultra schnappte, pupphafte! Nein! Das war jetzt echt keine gute Lösung. Seh, heh, heh. Sag mal, das... Oh! Ja, ja. Alles klar, alles klar. Halt, stopp! Der muss auf die andere Seite. Dino muss auf andere Seite. Und Vogel auf... ...auf andere Seite. Weil der Vogel ist, glaube ich, schwerer als der Dino. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren's mal. Yay! Es klappt! Äh, heh. Lass mich so, so, so. Ach. Das reicht noch nicht. Ja. Das könnte sogar klappen, oder? Probieren wir's mal. Wenn nicht, müssen wir den... Ja. Ja, genau. Obwohl, das ist nicht schlecht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit nach oben. Aber das muss funktionieren. Das muss funktionieren. Wenn's nicht funktioniert, rege ich mich auf. Und ich rege mich auf, weil es nicht funktioniert. Aber es muss funktionieren. Es muss einfach... Was geht denn der nach oben? Oh, schon ein bisschen. Hopp! Äh! Oh. Das war, glaube ich, ein bisschen zu weit nach oben. Nochmal. Wir sind auf dem richtigen Weg. Sag ich auch nur jedes Mal und es... Bäh. Bäh, geht da hoch. Yay, Grünling! Hallo, Grünling! Haben wir eine neue Verkleidung für dich? Was haben wir denn für dich? Oh, hübsche Senorita! Popita! Naja, hübsch ist die nicht. Lassen wir einfach mal. Lassen wir mal so. Passt schon. Und was machen wir jetzt mit dem Roten? Der Roter kommt jetzt mal mit. Okay, das war falsch. Top, 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 top. Das war zu weit unten. Dann, ich will da nicht schon wieder runterfallen, dass... Hoppet und betet, dass es klappt und äh... Was habe ich gerade gesagt? Hoppet und betet, dass es klappt. Ah, ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Alles klar. Mhm. Gartenrot sieht ja noch schlimmer aus. Vogel, geh mal weg. Wir haben ja da einen Teleporter. Stimmt, ja. Nun ja. Das hätte ja auch... Ich glaube, wir müssen den anderen da zuerst. Ja, du mich auch. Du mich auch. Mein lieber Freund. Du mich auch. Ähm. Ja. Das hat ja total gut geklappt. Wir müssen ja dann nach oben. Ach, toll. Vielleicht klappt's ja. Nein, es klappt... Oh, doch, doch, doch. Ah, ja. Ja, stimmt. Ja, da oben ist ja der Schalter. Ich hab gedacht, wir müssen den, äh, mit der Faust den Typen da nach oben fördern. Aber so, dass die, dass die Faust, äh, unter der Plattform ist. Ich hab das Gefühl, dass in dieser Folge viel Gutes passiert. Ich hoffe, mein Gefühl täuscht mich nicht. Wäre ja nix Neues. Aber es muss klappen. Es muss einfach... Hallo? Hey, hallo. Nein. Schnauze. Ach, danke. Ha. Ist kein Fehler erlauben. Jawoll. Neue Kawaii-Tüte. Was ist das? Der Neue kriegt eine neue Perücke. Oder neues Outfit. Oder was auch immer. Äh. Ach stimmt, der muss ja da hin. So. Ihr lieben Leute. Wir haben das Level gleich. Ganz ehrlich, das sieht gruselig aus. Hat der eine Frisur oder eine Nase da oben? Oder was ist das? Ich hab keinen Plan. Ich hab echt so gar keinen Plan. Äh, was kommt als nächstes? Ah, ja, der Vogel. Der frühe Vogel fängt den Dino. Oder Wurm. Oder was auch immer. In diesem Fall den Dino. Aber der wäre viel zu süß zum Essen. Ende des Levels. Ich komme. Oh, ich muss kacken. Äh. Tschüss, lieber Vogel. Bis zum nächsten Mal. Da, 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 da. Und 100%. Auch wenn da steht Completeation 11% doch was. Oder 41%. Ich hab's nicht richtig gelesen. Ey, da guckt euch den Typ da an. Was soll denn das sein? Das sieht so nicht tragend aus. Ja, äh, ja, ja, Pippi, hast du uns zu fressen gern. Ah, nett klärchen. Und tschüss. Das fängt jetzt an mit einer Faust. Und heute lesen sie Faust. Und sie bekommen die Faust ins Gesicht. Ich werde niemals Dichter. Obwohl, ich als Dichter, ich als Dichter, das erklärt dir der Richter, ähm, der, keine Ahnung, äh, fail. Ich hab echt keine Ahnung, was ich da jedes Mal vor mich her plappere. Aber lasst euch gesagt sein, es ist Normalität bei mir. So wie ich mich in den, äh, in den Let's Plays gebe, so gebe ich mich auch in Wirklichkeit. Ich bin auch in Wirklichkeit so eine, ähm, wie soll ich denn das sagen? Ne Nuss. Ja, ich bin ne Nuss. Das war total unlustig, aber ist mir egal. Dino! Ja, den Dino. Dino! Miep, miep! Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Geht das vielleicht so? Ah, ja, 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 ja. Ich muss mit dem da runter. Das Level ist nicht kurz. Vogel! Da gibt's wieder einen Vogel, wie toll. Nur du und ich, Fifi. Auge um Auge. Wer gewinnt? Ich. Ich hab die Vermutung, dass wir uns wieder eine Brücke bauen müssen. Brücke vor Mücke. Wenn das klappt, dann, äh, ja, klappt's. Und dann bin ich froh. Lauf, Fifi, oder Dino, Fifi. Hopp! Ja, wir waren richtig. Super, 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 schnackte, dukhafte. Was hat das jetzt da auf sich? Was machen wir jetzt damit? Ich nehm' ja mal an, wir brauchen wieder, ja, was denn sonst? Die Faust. Wir brauchen die Faust. Die Faust, die Faust. Da können wir noch rauf, äh, rauf, da nicht. Machen wir's anders. Versteht man mich? Ich habe gerade etwas leise gesprochen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich war nur gerade in Gedanken. Und dann passiert sowas halt. Ja, ich bin echt ein Fall für... Ich weiß nicht wen. Für irgendwen bin ich bestimmt ein Fall. Ja, das... Einfach mal wieder nicht überlegt. Natürlich. Was denn aufkommt? Oh, äh, geil. Techno-Skin unlocked. Cool, ich steh' auf Techno. So. Hahaha, du würdest mich gerne töten, ne? Ja, das war mir klar, dass das passiert. Können wir da nochmal ein Dino rauszaubern? Oh, cool. Steht der andere noch? Nö. Äh, ja, ich glaub, einen Ventilator brauchen wir nicht mehr. Hoffe ich mal. Nein, da kommen wir nicht drauf. Verdammt. Äh, na toll. Hallo, Fiffi. Tschüss, Fiffi. Das ist nur wegen dem Typen, der so blöd guckt. Der macht mich ein bisschen... Ja. Der guckt einfach blöd. Voll gruselig. Ich mag das nicht. Äh, toll. Na super. Machen wir das jetzt. Hm. Toll. Super. Hm, da hoch. Naja, bringt nichts. Schauen wir mal weiter. Oh, der müsste doch da... Nee, oder? Nee, der kommt da nicht durch. Nee, der kommt da nicht durch. Oh, blöde Pflanze da oben. Versaut uns alles. Mensch. Daruna, müssen wir nicht mehr. Und ich hab gedacht, wir kommen hier super durch. Mal wieder zu früh gefreut. Mhm. Ich glaub, wir brauchen den Vogel. Der platzt mal drauf. Für den brauchen wir, glaube ich, definitiven Vogel. Für den anderen, das wird eher schwer. Ja. Puh. Ja. Äh. Nee, ich glaub, ich muss rechtzeitig abspringen. Und ich rede gerade wieder so leise. Wieso rede ich so leise? Und die Folge ist gleich zu Ende. So schnell geht das. Aber wir haben ein bisschen was geregelt bekommen. Da bin ich stolz drauf. Hm. Ja, ich glaube, das mach ich wirklich so. Zwei Folgen. Morgen oder übermorgen. Dann... Das ist dann so viel wie eine sehr lange Folge. Äh. Ja, wir kriegen nicht mehr geregelt wie sonst auch. Versuchen jetzt noch einmal etwas. Wenn das nicht klappt, dann... ...beenden wir und verschieben das alles bis aufs nächste Mal. Was war das, bitte? Was war das? Naja, das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Oder ich muss auf die andere Seite. Das kann auch sein. Kommen wir da hin. Wow. Ich bin begeistert. So, Leute. Ich lasse mir da was einfallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das ist ja ganz wichtig bei den Let's Plays. Und... Vielleicht habe ich euch einigermaßen gut unterhalten. Vielleicht habe ich euch einigermaßen gut unterhalten. Weiß man ja auch alles nicht. Wie... Äh... Ja, wie fandet ihr denn die Folgen so und findet ihr, ich sollte irgendetwas verbessern? Außer mein Skill, der lässt sich nicht verbessern. Leider. Ich dachte, ich frage mal nach, weil... Habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Da könnt ihr noch ein bisschen euer Senf dazugeben. Mal schauen, ob ich es wirklich hinbekomme, diese Woche noch zwei weitere Folgen aufzunehmen. Ich versuche es einfach mal, damit wir diese Woche vier Folgen raushauen können. Sag ich wieder, wir? Das gibt es doch nicht. Dann sind nämlich die Folgen für letzte Woche und für diese Woche haben wir dann. Und was sonst noch am Rest dazukommen könnte, wie das jetzt Patch. Da schauen wir mal, wann wir das machen. Ich versuche diese Woche noch dran zu kommen, wenn nicht nächste Woche. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.